Das Märchen vom Korbflechter Es war einmal ein junger Korbflechter, der lebte mit seiner Frau in einem kleinen Haus aus Lehm am Rande des tiefen Waldes. Eines Tages war er in den Wald gegangen, um Stecken für seine Körbe zu schneiden. Seine Frau war allein zurückgeblieben, und gerade als sie in den Garten ging, Kräuter für die Suppe zu pflücken, kam ein großer, dunkler Mann aus dem Wald hervor. Er sah die schöne junge Frau, und es überkam ihn eine finstere Begierde, sodass er sich ihr näherte und versuchte, sie mit Gewalt zu nehmen. Sie aber wehrte sich nach Leibeskräften und schrie laut um Hilfe, sodass der Mann sie schließlich erdrosselte. Nun kam aber gerade der Korbflechter aus dem Wald zurück. Der hatte die Schreie seiner Frau gehört und sah nun den Mörder über sein Opfer gebeugt. Er nahm einen Knüppel und schlug dem Mann gehörig auf den Kopf, dass der bewusstlos zu Boden fiel. Dann kniete er sich neben seine tote Frau und begann heftig zu weinen. »Mein Täubchen«, schluchzte er, »nie mehr werde ich dich über das Gras laufen sehen, nimmermehr werde ich dich in meinen Armen halten. So lebe denn wohl, mein geliebtes Heideröslein.« »Lebe wohl, mein Weidenmann«, schienen sie ihm aus weiter Ferne zu antworten. Er trug ihren Leichnam in das Haus, fesselte dann den Mann, der sie erwürgt hatte, und brachte ihn vor das Gericht in der nächsten Stadt. Er wurde schuldig gesprochen und zum Kreuz verurteilt. Nachdem er drei Tage gehangen hatte und noch lebte, wurde der Korbflechter gefragt, ob man den Mann vom Kreuze abnehmen solle, denn von seiner Gnade hing es ab, ob der Verbrecher noch weiter leben oder sterben sollte. »Nehmt ihn ab«, sprach der Korbflechter, »und gebt ihm Mohnwein zu trinken, lass seine Schmerzen vergehen, er hätte genug gelitten für seine Untat. Aber wir werden gut auf ihn aufpassen müssen, dass er keinen Unhalme anrichtet.« So wurde der Mann begnadigt, und es begab sich, dass der Korbflechter ihn als Knecht in sein Haus aufnahm, damit er durch Arbeit seine Schuld sühnte. Drei Jahre lang lehrte er ihn des Korbflechten, dann packte er seinen Bündel und ging auf Wanderschaft. Als er nach sieben Jahren wieder in sein Haus zurückkehrte, hatte der Knecht inzwischen geheiratet und war Vater von drei Kindern geworden. Der Korbflechter sah den Knecht an und sprach, »Mir hast du das Liebste genommen, das ich auf dieser Welt hatte, und nun verlange ich von dir, dass du ein Opfer tust, die letzte Buße für deine Schandtat. Gib mir deinen erstgeborenen Sohn als mein Eigen. Ich will ihn erziehen und für ihn sorgen, dass es ihm gut ergeht. Mein Haus hast du treulich verwaltet, und ich will es dir und deiner Familie schenken. Ich aber werde hinausziehen in ein fernes Land, wo ich einem fremden König dienen werde. Dein Sohn soll mich auf der weiten Reise begleiten und mir Gehilfe sein bei all meinen Taten. Auch wird er mich im Alter versorgen, da ich nie mehr zu einer anderen Frau gehen kann, um eigene Kinder zu haben. Dem Knecht tat das Herz weh, und er konnte ermessen, was er einst angerichtet hatte, stimmte aber schließlich zu und gab dem Korbflechter seinen ältesten Sohn mit. Die beiden machten sich auch gleich auf die Reise in ein geheimnisvolles Land, doch das ist eine andere Geschichte. Der Knecht hingegen lebte mit seiner Frau und den übrigen Kindern, zu denen sich noch mehr gesellen sollten, glücklich und zufrieden bis ans Ende seiner Tage. Doch sollte er nie mehr seinen erstgeborenen Sohn wiedersehen. Und das erinnerte ihn zeitlebens an sein schlimmes Verbrechen und die Gnade des Korbflechters. Die Gnade des Korbflechters